Mit nur einem Rasierer reparieren Sie Ihre Glühbirne. Sie müssen es nicht mehr wegwerfen. Sie haben wahrscheinlich noch nie eine Glühbirne repariert und werfen sie am Ende weg. Aber mit dieser tollen Idee können Sie es in nur zwei Minuten schaffen, auch wenn Sie keine Ahnung von Elektrizität haben. Wir beginnen damit, eine Glühbirne anzuschließen, um sicherzustellen, dass sie nicht leuchtet, beschädigt und bereit für den Müll ist. Wir schrauben es fest und sehen, dass es sich nicht einschaltet. Wir können es entfernen und dieses andere gute Produkt ausprobieren, um sicherzustellen, dass die Glühbirne beschädigt ist und nicht die Verlängerung oder die Steckdose. Es schaltet sich normal ein. Jetzt nehmen wir die beschädigte Glühbirne und legen sie frei. Dazu verwenden wir eine Klinge wie diese und entfernen die Abdeckung, wie ich es Ihnen zeige, indem wir die Klinge ganz um die Kante herum einführen. Wenn wir es also vollständig drehen, können wir sehen, wie sich die Lampenabdeckung leicht lösen lässt. Sobald wir fertig sind, überprüfen wir den Grund, warum es sich nicht einschaltet. Dazu verwenden wir eine Pinzette wie diese, mit der die Augenbrauen entfernt werden, bevor wir sie als Werkzeug verwenden. Wir müssen den gesamten Bereich, den wir mit unseren Händen berühren, mit Klebeband abdecken, um das Metall von unseren Händen zu isolieren. So sollte es aussehen. Diese Klemme wird also unser Tester sein. Durch die Reihenschaltung aller LEDs reicht es aus, wenn eine einzelne LED nicht mehr funktioniert. Um zu verhindern, dass sich die Glühbirne einschaltet, müssen Sie nur die Enden berühren, wie ich es Ihnen zeige. Wenn wir die beschädigte LED erreichen, schaltet sich die Glühbirne ein. Wir haben sie gefunden, als wir den Kontakt hergestellt haben, schaltet sich die Glühbirne ein. Markieren wir also die LED, die entfernt werden muss. Wir entfernen es mit der Klinge oder etwas Scharfem. Sie werden feststellen, dass es diese beiden Kontakte gibt, die durch die LED verbunden wurden. Um dieses Problem zu lösen und den Kreislauf wieder anzuschließen, verwenden wir eine gebrauchte Druckstange, die wir haben. Wir werden es mit einer Zange zerlegen, da wir die darin enthaltenen Klingen benötigen. Wir schneiden nur ein kleines Stück mit der Schere ab. Wir benötigen ein Stück, das groß genug ist, damit die beiden Stifte, an denen die beschädigte LED-Kontakt haben sollte, Kontakt haben. Schauen Sie sich das Stück an, das ich geschnitten habe. Wir nehmen das Klebeband, kleben das Blattstück darauf und schneiden den Teipe mit der Schere fertig. Gehen wir nun zur Zwiebel und kleben das Blattstück genau an dieser Stelle fest. Wir kleben es gut fest und jetzt ist die Glühbirne, die jeder in den Müll wirft, bereit zum Testen und überprüfen, ob diese Idee funktioniert hat. Brillant! Schrauben wir unsere Glühbirne ein. Schauen Sie, wie gut es sich normal einschalten ließ. Dies ist eine sehr einfache und praktische Lösung und spart Geld für die Verwendung unserer ausgebrannten Glühbirnen. Wenn Sie eine andere Möglichkeit haben, diese Glühbirnen zu reparieren, können Sie es mir sagen. Ich hoffe, Ihnen hat die heutige Idee gefallen. Denken Sie daran, dass die Absicht darin besteht, Alltagssituationen zu Hause zu lösen, ohne dafür Geld auszugeben. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, teilen Sie es mit Ihren Freunden. Bis zum nächsten Mal. Segen! Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.